Willkommen bei unserem Prüfungskonzert, das der Christian Gerhard, ein alter E-Gitarre-Haut-Egensch, ein alter Routinier, da sieht es auch ein Foto, da spielt er auf der ARGE-Bühne und ARGE-NONT, da sind wir bei allen Konzerten dabei, auch bei meinen Schülerkonzerten, also eben auch immer so jeden ersten Samstag machen wir so ein Konzert mit meinen Schülern und mit anderen, mit den Schülern von anderen Klassen, da ist er fast immer dabei und er hat sich eben entschlossen, die Übertrittsprüfung in die Mittelstufe zu machen, weil er schon langsam ein kleiner Meister ist. . . Musik 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 – – Vielen Dank.